Unternehmenskultur, warum ist sie wichtig? Wie kann sie beeinflusst und gestaltet werden und inwieweit hilft Unternehmenskultur dabei mit Umbrüchen und Veränderungen besser umzugehen? Wenn Sie Antworten auf diese Fragen erhalten möchten, dann kommen Sie zur Quality Austria Winners Conference und Verleihung Staatspreis Unternehmensqualität 2019. Die Veranstaltung findet heuer am 5. Juni im Studio 44 in Wien statt. Die beiden Excellence Award Gewinner Fundamax GmbH und Infineon Technologies teilen ihre Expertise mit uns. Sie plaudern aus dem Nähkästchen und verraten Ihre Tipps und Tricks. Außerdem erfahren Sie aus erster Hand, wie es um das neue EFKM Excellence Modell 2020 steht und welche Unternehmen dieses Jahr im Staatspreis Unternehmensqualität ausgezeichnet werden. We are SMORE. Kultur macht den Unterschied. Melden Sie sich jetzt an.